Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeigen wir mal wieder eine Runde von Hot Fruit Testix. Und let's go! Oh, da kommt schon mal ein bisschen was. Ah, super. Ah, 40. Geht doch. Alter, ist ja gar nicht hoch. Uuuuh, nochmal 40. Aber jetzt, komm. Alter. Ah, da war noch mal ein 10er dabei. Ah, noch mal ein 10er. Aber... Wie leid, Alter. Geht ja überhaupt nicht. Ah, ne? Ah, ne? Ah, ne? Ah, jetzt... ... ... ... ... Nix. Nix. Oh, Glöckchen, das war ne. Alter, das kann doch net sein. Verhaupt net hochgeht, ey. Alter, das war ne. jetzt noch mal bisschen was hier 16 20 24 machen was du willst immer die 52 meine fresse nix da will ich einfach nicht da 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 Ich hoffe, ich habe nichts mehr. Jawoll, da ist er doch! 140, let's go! Oh, da hoffen wir mal, dass er jetzt ein bisschen in Gehmerlaune kommt hier. Das wäre doch mal ganz nice. Fertig. 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 Achtalle, ich komme auf die 32 wenigstens hoch, Mensch. Blutresina, ich komme jetzt rein, bevor er wieder abstürzt. Upp, und weg. Und wieder nichts. Ah, ja, ja, ja. Aber jetzt. Ich hab jetzt mal irgendwie ein fettes Bild. Ja, ja, ja. Und nochmal 52. Geht hier mal wenigstens ein bisschen was. Ouh, vier Glockchen. Habt hier Probleme. Ah, man nimmt die 84. So ein ungutes Gefühl, dass er wieder abstürzt. Und jetzt. Nochmal Glöckchen. Nehmen wir mal mit. Nochmal die Glöckchen. Ah, das war nicht. Hopp. Kommt mal wieder in die richtige Richtung jetzt. Ja. 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 Ich mache das Überrasch setzend. Was gibt es jetzt? Oh, Mälönchen. Mälönchen, 130 Euro. Let's go. Ah, da hab ich doch drauf gewartet. Sehr nice. Das sieht doch sehr vernünftig aus. 377 Euro. Ich würde sagen, da wir belassen was, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Vielen Dank.